Das gibt's. Ich bin Carmelo Tellier-Gami. Mein Name ist Andreas Horn. Ich bin Veronika, bin 26, komme von Zug und arbeite in der Allianz. Im Aussendienst. Ich habe ursprünglich eine 3-jährige Lehre gemacht. Als Reisenberaterin. Als Gastronomie. Als Gartenbauer. Das war ein bisschen auch übrig. Als Quereinsteiger muss man sich definitiv bewusst sein, dass es ein sehr anspruchsvoller Job ist. Wenn jemand mit der Einstellung von 8 bis 5 kommt, wird er schüttern. Um in diesem Job erfolgreich zu sein, braucht man sicher Disziplin, Willen und Drive. Quereinsteiger müssen intrinsisch motiviert sein. Sie müssen eine überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft haben. Und zwar an Arbeitswillen und auch Wissensaneignung und Persönlichkeitsentwicklung. Was mir sehr viel von meinem vorigen Job helfen tut, ist auf Leute zugehen. Immer freundlich zu sein. Du musst gut mit den Leuten umgehen, mit der Kundschaft umgehen und ein gutes Fachwissen haben. Wenn man sich für den Beruf interessiert und den Willen mitbringt, dann kann man arbeiten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020